Was ist die Menschwerdung, alltäglich und doch Wunder? Maria trägt den Himmel in sich. Ja, das war in Weihnachten. Die Menschwerdung Jesu als ein Wunder des Lebens, aber auch eine Verbindung von Gott und Menschen. Früher hat man gesagt, Frauen, die schwanger sind, sind unter Hoffnung. Und wahrlich, ein Kind, das geboren wird, bringt nicht nur die Frage mit sich, was bringt mir die Zukunft, sondern auch, welche Zukunft bringt uns das Kind, das geboren wird. Von daher unterstützen wir als Bonifatiuswerk gerade auch Kinder und Jugendliche in ihrer Arbeit und wir danken Ihnen zum Fest der Menschwerdung für all Ihr Interesse, für all das, wo Sie uns unterstützen in den Projekten, aber auch für all Ihre Gebete. Ich wünsche Ihnen im Namen des Bonifatiuswerkes, dass Sie wirklich auch etwas von dieser Hoffnung spüren, dass wir Hoffnung weitergeben, die uns eine gute Zukunft bringt. Ich wünsche Ihnen, Ihren lieben, gesegnete Weihnachten, aber vor allen Dingen auch Hoffnungszeichen für das neue beginnende Jahr. Maria trägt den Himmel in sich. Tragen wir etwas vom Himmel in unsere Welt hinein. von Nerven des Hu defenders, von Nesquale Head repertoitdung,